hallo und herzlich willkommen im aktuellen video heute gibt es wieder etwas richtig geiles zu essen es gibt gebratene nudeln vom big green egg ja es gibt verschiedene möglichkeiten gebratene nudeln zu machen normalerweise nimmt man ja diese typischen asiatischen ich halte sie mal in die andere kameras so schauen die eben aus wenn ihr zum beispiel so instant nudeln daheim habt könnt ihr auch einfach die nehmen macht sie ganz normal so damit sie gar sind und dann hau sie spät in die pfanne mit rein aber es gibt auch verschiedene möglichkeiten dass man sagt naja ich nehme einfach nur spaghetti beispielsweise es sollten halt möglichst lange nudeln sein und die sind eine wunderbare grundlage für gebratene nudeln und so machen wir es eben heute auch ich habe mir spaghetti vorgekocht bzw linguine um es genau zu sagen das sind die etwas breiteren spaghetti und die wir auf unsere gebratenen nudeln nehmen für gebratene nudeln was ist als der wichtigsten dinge als der wichtigsten dinge ist eine heiße pfanne und ein gutes öl gutes fett und dieses gute öl normalerweise wird man ja sowas wie zum beispiel erdnussöl und irgendwas nehmen ultra hitzebeständig und auch guter geschmack mit allergiger nicht ganz so einfach deswegen nehme ich ein hochwertiges rapsöl naja gut rapsöl ist jetzt nicht so besonders deswegen pimpen wir es noch ein wenig auf wir haben noch passend dazu uns griebenschmalz mit dazu geholt und das geben wir noch mit rein für den geschmack denn gebratene nudeln die haben ja keine keine soße mit dabei das heißt man möchte irgendwas was aroma gibt dass es geil schmeckt und deswegen ist griebenschmalz eine gute geschichte was haben wir noch was was wir alles mit reingeben also zuerst beginnen wir mit zwiebeln die halte ich meine die andere kamera hier rein das sind normale zwiebeln also ganz normale metzgezwiebeln das sind rote zwiebeln und das sind von meinen lauchzwiebeln die stränge von unten also im endeffekt das was ein bisschen härter ist das geben als erstes mit rein dann haben wir noch unsere paprika drei paprika zwei rote eine gelbe kann auch nur ich rot gelb grün nehmen je nach geschmack dann haben wir unser hähnchenfleisch das hähnchenfleisch hier das ist vor mariniert wie ich das mariniert habe erkläre ich in einem anderen video findet ihr auch hier auf youtube ist eine richtig geile geschichte wird nämlich multimedia super zartes hähnchenfleisch ansonsten habe ich noch ein bisschen anderes ganz zum schluss haben wir noch ein rapsöl ein aromatisiertes rein mit knoblauch dann noch sojasauce ja und das war's ach so natürlich knoblauch haben wir natürlich auch noch haben auch noch später mit rein und das war's also einfaches gericht in summe werdet ihr vielleicht 20 minuten für die zubereitung brauchen 10 minuten für die nudeln in der zwischenzeit macht eure anderen sachen dann macht ihr euren wok noch heiß und dann 10 minuten das ganze durch kann ja und damit beginnen wir jetzt jetzt machen wir hier mal den deckel hier auf braucht jetzt ein bisschen denn ich habe den wok nämlich hier schon ein paar minuten drin und da geben wir jetzt unser rapsöl mit rein genau rapsöl hatte immer den vorteil dass es sehr hitzebeständig ist und dann geben wir auch gleich noch unser griebenschmalz dazu beim griebenschmalz ist ja schweinefett da auch eine gute ladung muss man sich immer bedenken also griebenschmalz ist natürlich hat richtig viel kalorien also das sind jetzt 800 kalorien auf 100 gramm 100 gramm ist dieses gläschen also man überlegt dass dieses kleine gläschen 100 gramm sind da muss man ein bisschen vorsichtig sein weil sonst hat man ja enorme kalorien bumme ja da sehe ich gerade darf ich noch was mit dran wo haben wir denn unseren löffel so gehen wir da jetzt mit rein ja das griebenschmalz hier das hat natürlich jetzt auch so rapszwiebeln und so weiter mit drin da müssen wir jetzt gucken dass sie hoffentlich nicht zu arg verbrennen und als allererstes braten wir unsere zwiebeln mit an so muss ich es anhören wenn richtig hitze dahinter ist es muss ordentlich brutzeln und das machen wir jetzt zuallererst mit unseren zwiebeln und unseren griebenschmalz stückchen hier und das krasse ist jetzt schon der geruch von dem griebenschmalz das riecht als würde sich so ein bacon oder so anbraten also geile geschichte ich bin nachher gestartet das braten wir jetzt leicht an machen wir den Deckel einfach mal zu bleibt die Hitze besser drin haben wir mal wieder Minustemperaturen hier draußen 8 grad aber gar kein problem mit Big Green Egg denn der hält die Temperatur wunderbar wichtig ist nur ihr müsst mal drauf aufpassen beim einheizen das habe ich nämlich vorhin einen Fehler gemacht ihr habt die Möglichkeit oben aufzumachen beim Regulator und eben unten auch beim Aschefach ich habe vergessen ich hatte es nämlich offen gelassen bei das und da habe ich vorhin eine gute Menge Kohle einfach mal durch das Ding durchgejagt weil klar das heizt natürlich ordentlich ein dann schauen wir mal wie es da drin ausschaut ja also eigentlich können wir theoretisch unsere Paprika auch mit reinhauen ich glaube wir lassen es jetzt noch ein bisschen bei der Hitze und machen erstmal unser Hähnchenfleisch denn ich möchte nicht dass das Paprika nicht ganz so weich wird und dann machen wir unser Hähnchenfleisch hier auf ja wie gesagt ich habe es vormariniert ein bisschen leak ich schon wie ich das gemacht habe das ist mit Kefir wie ich es in einem anderen Video erklärt ist im Detail und seit gestern schon und dann wird das Fleisch natürlich auch butterzart und man hat auch Möglichkeit bei so einer Hähnchenmarinate Aroma mit rein zu kriegen durch Knoblauch durch Soße durch Gewürze was man eben alles möchte also das wird eine krasse geile Geschichte so dann würde ich sagen geht mir das mit dazu da achte ich nämlich drauf also ich habe mein Kefir vorhin auch schon abgeschöpft dass nicht zu viel da mit rein kommt und da achte ich jetzt auch drauf deswegen schaufeln wir das jetzt hier einfach mal mit rein ich gebe es auch an die Außenwände hin denn die Außenwände die haben natürlich auch entsprechend viel Temperatur und das ist nämlich wichtig dass man mit hoher Temperatur antritt und von daher kann man das hier einfach schön außen schön verteilen dann machen wir den Deckel erstmal zu auch da wieder wie immer beim Kochen einfach das Zeug auch mal in Ruhe garen lassen nicht die ganze Zeit hier drinnen rumwirken denn dann kriegt man mich keine Röstaronen ja ich denke mal eine Minute lassen sie es auf jeden Fall so und dann schauen wir gleich mal wie es ausschaut so und jetzt schauen wir mal rein an der Seite ist es auch schon ein wenig dümbler geworden dann mischen wir das ganze auch durch und jetzt können wir in dem Augenblick auch schon unsere Paprika mit dazugeben und auch unser Knoblauch man sieht jetzt vom Röstaromen oder allgemeinen Röstaromen sind jetzt wenig dran hätte ich wahrscheinlich mein Big Green Egg noch ein wenig mehr aufheizen müssen also es hat bei meinem gebratenen Reis besser geklappt aber gut manchmal ist er nicht ganz so perfekt so haben wir unsere Paprika dann haben wir unseren Knoblauch ja dann mischen wir das ganze nochmal durch und auch da wieder lassen wir das ganze ich denke mal zwei Minuten ziehen und dann kommen wir die Nudeln mit rein ja nach ungefähr zwei drei Minuten sieht das ganze schon recht gut aus also das Fleisch ist schon fester geworden meine Paprika hat schon gewissen Gargrad hier sieht man eben es hat sich Flüssigkeit unten angesammelt und das ist eben genau dann immer das wenn das passiert dann weiß man die Jitze hat nicht ganz gereicht weil ich ja vorhin schon erklärt habe ich habe vorhin einfach die Kohle richtig durchgejagt habe jetzt noch minimal Kohle rein hat nicht ganz gereicht deswegen ist immer wichtig wenn ihr das macht den Wok ordentlich einheizen und dann aber auch so dass noch genug Kohle drin ist und dann sammelt sie auch nicht so viel Flüssigkeit klar ist jetzt alles halb so wild wird trotzdem ein geiles Essen aber natürlich sperre die Röstaromen am Fleisch und so da hapert es natürlich ein bisschen schade aber beim nächsten Mal kriegen wir es auf jeden Fall auch hin hier habe ich noch meine Nudeln drin die Nudeln habe ich vorgekocht man sieht es auch bei der Hitze hier ganz normal nach Anleitung habt ihr auch mit habt dann auch ein wenig Olivenöl mit rein das sind eben diese Linguini dann bauen wir hier Olivenöl mit rein wenn ich jetzt hier im Topf drin lasse dann werden die zusammenkleben und durch das Olivenöl passt sie jetzt nicht ganz so ich habe jetzt so minimal was rein also manche die machen es ja richtig mit ganz ganz viel wollte ich jetzt nicht machen weil es an mir sonst zu viel Öl wird alternativ kann man euch auch Butter nehmen gebt auch noch ein wenig Geschmack wie man das ganze eben mag so dann schauen wir doch jetzt mal wie es jetzt mit dem Fleisch hier ausschaut ganz geil also es ist noch nicht hundertprozentig durch da geben wir jetzt auch die Nudeln schon trotzdem mit dazu denn wir wollen die Nudeln ja in dem ganzen Ding hier mit garen da ist es ganz schön wenn ein wenig Soße mit drin ist unten dann ist es halt nicht ganz so gebratene Nudeln wie man es vom Asiaten kennt weil die gebratene Nudeln die leben immer davon dass es ja auch wirklich schon bei den Nudeln schon was Tröstaromen gibt genau so am Näh kleben sie doch zusammen aber nicht ganz so arg also man sieht es eben da wo das Olivenöl gut verteilt war da kleben sie nicht so arg an anderen Stellen ein bisschen mehr so das verteilen wir jetzt und dann werden wir auch gleich mal eine Nudel probieren hier geht es nämlich darum wir haben jetzt aktuell noch gar nicht gewürzt also wir haben jetzt klar das Fleisch war mariniert in dem marinierten Fleisch war Knoblauch mit drin wir haben Knoblauch allgemein mit angebraten wir haben Zwiebeln aber wir haben natürlich jetzt noch keine große Salznote mit dabei Asiatische Küche ist ja vor allem dann Sojasauce das ist ja das Maki der Chinesen sag ich jetzt einfach mal und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Nudeln raus probieren die mal Schmeckt jetzt schon richtig geil aber halt Salznote fehlt deswegen haben wir jetzt Sojasauce und die Sojasauce die geben wir jetzt hier einfach noch mit oben drüber da mache ich jetzt auch nicht so viel weil das kann man nach Geschmack durch am Tisch auch problemlos nachwürzen da ist jetzt auch nicht irgendwas wo man sagt das muss jetzt richtig mit allem durchziehen das verteilen wir jetzt einfach nur denn auch Sojasauce ist ja immer ein wenig Geschmackssache der eine mag mehr der andere mag weniger ich mag Sojasauce extrem gerne also bei mir kann es auch schon nach Sojasauce schmecken aber die anderen die mit essen die mögen das nicht ganz so ja dann haben wir unsere Sojasauce noch mit rein und also ölig ist das ganze schon also merkt es auch an der Lippe da ist schon Öl mit dran ganz klein wenig von meinem Knublauchöl gebe ich hier mit rein da muss man mal gucken ich meine das ist auf Rapsöl Basis daher auch wieder gar kein Problem mit der Hitze diese aromatisierten Öle achtet immer drauf dass ihr hochwertige kauft ich meine das ist jetzt eins vom Discounter wobei es auch ein hochwertigeres war aber es war jetzt nicht so ganz ganz so günstig denn die billigen da ist halt einfach nur mit Aromastoffe und ich weiß nicht ob das dann immer so geil beim Essen ist ja dann schauen wir noch mal da müssen wir jetzt immer ein bisschen gucken unten wegen der wieviel Soße noch drin ist das sieht man auch schön Soße ist gar nicht mehr viel unten drin warum die Nudeln haben sie aufgesaugt die Nudeln sind da schon ein wenig wie so ein kleiner Schwamm ja geil sehr geil so zum Abschluss geben wir jetzt noch unsere Lauchzwiebeln mit dazu das schaut schon immer richtig cool aus das ist finde ich auch immer der Farbkontrast den braucht man unbedingt bei so einem Essen der wirkt das richtig gesund ich glaube wenn man Griebenschmalzner wieder denkt dann nicht aber ansonsten schaut schon echt sehr geil und gesund aus gut und dann würde ich sagen und nehmen wir doch mal das Gesamtergebnis ich nehme ein wenig Nudeln dann Hähnchenfleisch mit dazu und wickeln das mal mit auf so sieht das Ganze jetzt aus ihr seht also beim Hähnchenfleisch das ist sehr weich und wie es weicher ist das ist halt weil es mariniert ist noch mal ein Stück abgebissen das sieht man auch wenn man Schaft bekommt überhaupt gar nicht trocken das ist echt noch schön saftig geile Geschichte das Fleisch schmeckt sehr knoblauchintensiv geiles Gericht extrem geil ja würde ich sagen Video fertig vielen Dank fürs Zuschauen ich gehe jetzt erstmal zum Essen denn ich freue mich riesig darauf und sage bis zum nächsten Mal den 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 der 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 die Bis zum nächsten Mal.